Liebe Freunde, ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen heute mal über eine Aktie sprechen, die ich aktuell noch interessant finde. Es gibt aktuell meiner Meinung nach nicht sonderlich viele Aktien, die kaufenswert sind. Man sollte meiner Meinung nach, und das ist das, was ich mache, aktuell etwas mehr Cash halten. Aber wer Dividenden mag, wer hohe Ausschüttungen mag und eventuell noch etwas Zukunftspotenzial, kann in dieses Turnaround-Play hier investieren. Ich habe die Aktie konservativ betrachtet und habe die Bewertung so ein bisschen mit Abschlag betrachtet, sodass ich der Meinung bin, dass selbst mit Abschlag das Unternehmen aktuell noch fair bewertet ist. Ihr könnt euch jetzt selbst euren eigenen Gedanken bilden und überlegen, ob ihr in diese Aktie investieren möchtet. Ich werde es ganz kurz darstellen. Ich werde überhaupt nicht tiefer jetzt in eine Analyse oder was weiß ich reingehen. Ich werde eine Bewertung machen, werde ein paar Dinge dazu sagen, wie es zukünftig hier aussieht. Ich werde auch nicht die größten Darstellungen machen. Ich möchte euch einfach nur mitteilen, was mein Plan ist, was ich machen werde. Und das ich hier eventuell aufstocken möchte. Und da legen wir jetzt mal direkt los. Und es handelt sich um British American Tobacco. Wir haben hier aktuell eine Dividendenrendite von 8,6, 8,7, 8,8 Prozent. Die Aktie ist ja schon wieder ein bisschen gestiegen. Sie haben wir ebenfalls im öffentlichen Portfolio drin. Grundsätzlich muss ich erstmal sagen, ist es jetzt keine Aktie, die ich immer betrachte, wie eine links-unten-rechts-oben-Aktie. Das heißt, es ist kein Unternehmen, was, wenn man sich den Chart anschaut, hier von links unten nach rechts oben geht. Ich schaue mir das auf 20, 15 und 10 Jahre an. Auf 5 Jahre nicht, weil auf 5 Jahre kann ein Unternehmen auch mal nach unten abfallen, weil es Probleme hat. Und wir wissen, im Tabakbereich haben wir die Konsumenten, die immer weniger werden. Man verdient hier trotzdem noch Geld, indem man Preiserhöhungen eben mit ins Spiel bringt. Das Problem ist aber, irgendwann wird es so teuer, dass viele sagen, hey, habe ich keinen Bock mehr zu. Das ist auch sowieso grundsätzlich ungesund und so weiter und so fort. Das heißt, man merkt, die Menschen hören hier auf. Aber der andere Bereich, Vapes, Nikotin-Pouches und so weiter, das zieht auch wieder neue Konsumenten an. Nicht nur die, die wechseln. Und da sind wir wieder in einem Wachstumsmarkt. Man hat jetzt die Möglichkeit, bei BAT auf dem amerikanischen Markt, was eben die Nikotin-Pouches angeht, eventuell dort reinzukommen, weil man braucht dort noch die Genehmigung. Grundsätzlich sieht es weltweit relativ gut aus, was diese Nikotin-Pouches angeht. Allerdings möchte man auf den amerikanischen Markt und dann kann hier auch wieder ordentlich Geld reinkommen. Man hat aktuell eine Verschuldung, die, also wenn wir uns anschauen, NetDebt zu EBITDA, die hier verbessert werden soll, wo man abträgt und in den kommenden zwei Jahren höchstwahrscheinlich man wieder auf das Level 2,5 kommt und auch wieder Aktienrückkäufe macht. Man sieht ganz klar, dass man sich die Dividende leisten kann. Auf Free Cashflow liegt die Ausschüttung so bei 60 Prozent. Und das ist wirklich gut, wenn wir uns allerdings die Entwicklung anschauen. Das heißt, ich schaue mir immer an die Entwicklung von Umsatzgewinn, Cashflow, Dividende und auch Kursverlauf. Dann sieht es natürlich bei Gewinn und Kursverlauf auf die letzten fünf bis zehn Jahre katastrophal aus. Besonders beim Gewinn muss man aber dazu sagen, dass der Grund für die Entwicklung hier natürlich die starke Abschreibung ist. Man hat Reynolds zu teuer gekauft, muss jetzt hier, hat einiges an Goodwill, muss jetzt hier einiges abschreiben. Das ist natürlich der Fall. Grundsätzlich glaube ich, die Zukunftsaussichten sind mittelmäßig, aber trotzdem im Vergleich zu Altria und auch zu Philip Morris hier wirklich gut, wenn man sich gleichzeitig die Bewertungen anschaut. Am besten aufgestellt ist wahrscheinlich Philip Morris. Die sind aber auch am teuersten. Die Bewertung ist fast das Dreifache, wenn man sich das KGV bereinigter Natur anschaut. Und deshalb bin ich hier ganz klar auf der Seite von BAT und würde auch hier nicht Philip Morris kaufen beispielsweise. Der öffentliche Ruf ist natürlich schlecht, was so Tabakunternehmen angeht. Besonders für Fonds ist es ein Problem, weil sie, natürlich die Unternehmen aufgrund dessen, dass die ESG-Ratings des Fonds damit zerschreddert werden, ist ein Problem, weil die Fonds wollen sie nicht aufnehmen. Das bedeutet, hier werden wir jetzt nicht wirklich in historische Bewertungsbereiche reinkommen. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, wir haben ein historisches KGV von 15 oder auch ein bereinigtes KGV von vielleicht 13, ich glaube es waren 13,3 oder 13 um den Dreh, dann werden wir in diesen Bereich höchstwahrscheinlich nicht mehr reinkommen bei BAT. Und deswegen habe ich mir jetzt diese Bewertung angeschaut und ich habe einfach mal so ein bisschen einen Abschlag mit hineingenommen. Und dieser Abschlag beinhaltet, dass ich das historische KGV einfach um 3 mal 3x runtergesetzt habe auf 10x. Also wir sind jetzt bei 13 gewesen, ich habe es auf 10 runter um 3 und das gleiche habe ich beim Kurs-Cashflow-Verhältnis, was mir immer sehr, sehr wichtig ist und hier auch sehr, sehr wichtig ist, weil Gewinn wird ja aktuell nicht wirklich produziert oder ausgewiesen aufgrund der Abschreibung. Aber Kurs-Cashflow-Verhältnis ist natürlich sehr, sehr interessant, weil wir sehen, hier ist ordentlicher operativer Cashflow, der reinkommt. Natürlich auf der einen Seite durch die Alternativprodukte, auf der anderen Seite aber auch noch durch die Zigaretten, weil es ist einfach immer noch etwas, wo die Menschen süchtig werden, wo man nicht so einfach von wegkommt. Und ich bin der Meinung, das ist auch kein böses Investment, weil jeder weiß, dass es ungesund ist. Und deswegen kann ich mich auch daran beteiligen. Und aufgrund dessen sehe ich beim historischen KGV, dass man hier mit 7,2 bereinigter Natur zu 10, ich habe ja wie gesagt den Abschlag von 3 genommen, trotzdem noch günstig ist. Genauso sieht es aus auf das Kurs-Cashflow-Verhältnis, habe ich auch runtergerechnet, um 3 auf 9,6, weil es war eigentlich bei 12,6 beim KCV auf die Historie. Und deswegen ist man da aktuell bei 6,7 zu 9,6 immer noch günstig, was das angeht. Und grundsätzlich habe ich dann mir noch natürlich mehr angeschaut. Einen Abschlag habe ich auch auf das KUV berechnet und habe einmal von 3,3 bin ich ausgegangen, von 2,3. Und dann ist man beim KUV im Mittel. KUV ist jetzt vielleicht nicht die beste Bewertungskennzahl für so ein Unternehmen. Trotzdem habe ich sie mit einem Abschlag noch mit reingenommen. Und wenn wir uns anschauen, EV, also Enterprise Value to Free Cashflow, ist man hier besser oder günstiger aufgestellt als Altria und auch günstiger aufgestellt als Philip Morris. Das heißt, das sieht ebenfalls interessant aus. Ich habe das KGV nochmal verglichen mit diesen beiden Konkurrenten ebenfalls. Da sind wir ebenfalls günstiger aufgestellt. Und wenn ich mir das Ganze jetzt betrachte, nach Dividendenrendite sowieso, aber wenn ich das Ganze betrachte, sind wir hier aktuell fair bewertet. Und das ist wirklich mit Abschlag konservativer betrachtet. Das heißt, bei mir auf einer Skala von 15, was für mich eine 1 plus ist, eine 1, also 15 bis 13 heißt unterbewertet, beziehungsweise stark unterbewertet, sind wir aktuell bei einer 12 für mich. Und da habe ich wirklich auch das Geschäft, allgemein Zukunftsaussichten, Eigenkapitalquote, Burggraben und so weiter konservativ betrachtet und mit reingerechnet. Und da bin ich aktuell bei einer fairen Bewertung und werde vielleicht in dieses Unternehmen nochmal investieren, noch etwas aufstocken. Ihr könnt mir jetzt gerne eure Meinung sagen, was ihr macht. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich genau diese Bewertungen vornehme, wie meine Checkliste aussieht, wie ihr das Ganze abhakt, dann kontaktiert mich unter aktien-wagner.de, tragt euch für ein kostenfreies Erstgespräch ein. Ich werde euch eine Strategie zeigen, die zu euch passt und werde euch zeigen, wie ihr konservative Unternehmen unterbewertet in euer Portfolio kaufen könnt, sodass ihr Kursgewinne bekommt, aber auch eine ordentliche Dividende, von der ihr ab Monat 1 schon leben könnt, die ihr nutzen könnt und somit früher in Rente gehen könnt und langfristig deutlich freier leben könnt als andere Menschen. Ich freue mich, mit euch zu sprechen. Bis ganz bald. Euer Mike.